Uns hat heute der SWR besucht und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Die wollen einen kleinen Beitrag über uns veröffentlichen, wie meine Papageienhaltung so aussieht und wie wir als Fünfergruppe quasi funktionieren. Es war echt mega cool, wir haben drinnen gedreht, wir haben draußen gedreht, aber seid einfach gespannt, was rauskommt. Ich bin auch mega gespannt und freue mich auch schon richtig drauf. Ich weiß leider noch nicht genau, wann es veröffentlicht wird. Sobald ich es mitbekomme, sage ich euch natürlich Bescheid und bin gespannt, was da dann so zusammengeschnitten wird. Ich muss sagen, die vier Aras haben sich echt mega gut benommen. Für Chiara war es ja das allererste Mal vor der Kamera, Nala stand auch noch nicht so oft davor und trotzdem hat es echt gut funktioniert. Außer, dass Chiara zwischendrin die Kamera fressen wollte.